Da muss ich die Scheiße nämlich nicht irgendwie anders machen hier. So haben wir. Jetzt muss ich das Ding auch in Wasserbecken reinstecken. Zack. Einen Eimer? Einen Eimer? Wo habe ich einen Eimer? Äh, gib mir Eimer. Gib mir Eimer, da. Guck mal, der ist bestimmt nachher auch da. Dann macht er bestimmt auch noch eine Stunde oder so. Doch, hm. Ja, der will ja auch ein bisschen. Ich glaube, sein Portal will ja fertig haben oder so. So, die Quistals, sie laufen jetzt hier. Die dürfen jetzt arbeiten. Und in der Zeit könnten wir... Warte mal, hier so eine Zelle erstellen. Schau mal gucken, was hier so eine... Ja, eine 64k direkt oder was? War locker, ne? Okay. Okay, ich frage nicht, was die Dinger... Ach du Scheiße. Oh nö. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Stromanlage fertig haben da oben. Oh, Strecken, ey. Ist die Frage, machen wir das jetzt mit Big Reactor? Ja, ne? Bis wir das eine Zeug da haben mit dem 8-fach... Oder beziehungsweise mit dem 64-fachen... Äh... Wenn wir mal was daran machen würden... Ja... Also mach ich jetzt etwa... Big Reactor... Reicht doch ein kleiner. Ja, klar. Okay, wir brauchen hier Neurium, Grafitbarren, Casings... Da brauchen wir wieder soviel Eisen. Äh... Hatten wir da was vorgeschmolzen oder nicht? Oh, es wäre wirtschaftlicher für uns. Grafitbarren haben wir massenweise ja. Ja. Das ist kein... Eisen ist das Problem. Pulverized Eisen, haben wir ein Stack. Pulverized Eisen. Ja, wo soll der jetzt alles raussuchen hier? Geht nicht anders. Wenn das Zeug nicht rausrücken will, dann muss ich es halt suchen. Ach du Schei... Ein Stack Iron! Jawoll! Wir haben das halt nur in Pulverized. Ne, wir haben ein Stack Iron. Oh, ist jetzt schon. Gerade rausgenommen. Okay, nochmal 29 Stück. Guckst du gerade in den Query-Kisten? Wir müssen uns da beeilen. Der hat nur noch die, äh... Die Linke. Der hat nur noch drei Kisten frei. Die dritte hat er gerade schon angefangen. Ja, mal kurz... Hast du mal Koppels rausgenommen alles? Nee. Ich habe auch keinen Platz in meinem Teil. Ich habe jetzt gerade alles mit dem E-Zeug voll. Ja, ich habe auch alles mit Bloodmanagement. Mein alt Park klemmt hier noch irgendwie drin. Okay, dann... Ist egal, dann lass uns was. Wenn es überläuft, dann läuft es über. Ja, dann... Dann merken wir es auf jeden Fall. Obwohl... Eulorium, Eulorium Parren brauche ich. Wollt's denken. Kann er nicht, weil er nichts hat. Okay. K-Sink. So. K-Sink. Okay. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn da für eine Fläche? Eine 5x5 Fläche, ne? Ja. Okay. Ah, ein Stack sollte auf jeden Fall gut gehen. Zwei Stacks auf jeden Fall. Der Gut wird nicht teuer. Hab ich ja nicht gesagt. Uran. Mal kurz sortieren. Stack Iron. Da kann man schon mal anfangen. Okay, Casings. Können wir hier erstmal schon gucken. Den ersten anfangen. Dann haben wir da ein bisschen Ruhe. Dann können wir Strom machen. LOL. So, du guckst jetzt, was jetzt am besten aussieht. Ja, ja. Wand in die Malte. Zack. 1, 2, 3. So, nur schauen. 1, 2, 3. 4, 5. 3, 4, 5. War unten auch eine Watt angeschlossen, immer bei den Dingern? Ich glaube ja, ne? Könnte sein. Wir könnten sogar eine 5er Watt bauen. Ja, das machen wir dann auch. Florian, müssen wir ja genug haben. Ja, das geht. Das haben wir eigentlich noch okay. Das kriegen wir auch schnell hin. Jetzt müssen wir erstmal den kleinen Reaktor für den Anfang hin. Hier war auch kein Programm geschaltet oder so. Ja, da hinten. Wir können die Wände zu. Er sagt, dass du keinen Platz hast, also ist mir klar. Zu die Wand kannst du, die kannst du. Hier macht noch ein Glas rein und what's und diese komischen Dinger noch. Mit weiter Ausstandsstrom. Nur für nothing. Wegen dem scheiße ME-System. Das hat doch gar nicht. Grafite Barren. Oh, Oranium Barren. So. Jetzt habe ich keinen Oran mehr. Zack. Schauen wir mal, wie weit wir damit noch kommen. Dann bauen wir noch so eine komische Bank. Dass wir eine zum Auffüllen haben oder so. Die können wir auch an den Reaktor anschließen. Was ja vorteilhaft wäre. Schauen wir mal, wie viel die Vibrant Dinger kosten. Die größeren Füllen. Können wir natürlich auch schauen. Ja gut. Da sind die eigentlich gar nicht. So. 10 Milliarden. Davon 10 Milliarden. Hiervon. Ich brauche nur ein paar Vibrant Aloys. Oder Vibrant. Wie heißt sie denn? Bank oder? Wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Einfach. Einfach Cup-Hack. Einen dann. Ja. Cup. Ah. Da die 5 Millionen. Creative Bank. Nein, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ja die andere. Basic. Ja, ich mach die. Ja, die 25. Ja gut. Wenn du es hinkriegst. Achso, du kannst ja. Oder wir brauchen halt Survival Crystal. Ja, das ist nichts. Das ist ein Emerald. Das ist ein Emerald. Okay. Kriegst du das hin? Ja, ich guck mal. Kannst du dich mal darum kümmern? Wasche ausleeren dann. Ja, dann kümmere dich mal bitte da drum. Dann musst du mit deinem Altar noch einen Moment warten. Hm. Weil ich hätte... Ich würde gerne später so eine scheiß Turbine anschließen. Das wäre mir besser als ein Big Werktor. Finde ich viel geiler. Jetzt brauchen wir so eine komische Turbine. Okay. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, das... Ich... Ich glaube das war nur die. Und unten war einfach Boden. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube unten war Boden. Elloi und Ender Pearls. Ja, Ender Pearls haben wir ja. Gold Glowstone. Ah. Zack, zack, zack. Nether Glowstone holen. Oh, Glowstone ist knapp. Dann haben wir wirklich nichts mehr. Eben im Nether. Vorkommen viele. Wie kommen wir denn an Glowstone ran? Durch was? Durch Witches, ne? Ja. Ja, wir müssen uns eine Witch fangen. Ja, ich geh erstmal in Nether. Ja. Ne Witch bringt uns Redstone. Und? Glowstone. Glowstone. Ja gut, Tränkel können wir eigentlich verbrennen. Ja. Es gibt einen Post-Generator. Naja, stimmt ja. Strom. Hm. Da ist die Frage, was machen wir mit dem Strom? Ich will ja nicht alles so durcheinander speisen lassen. Vielleicht können wir damit einen Lever für den Equator betreiben. Ich hab nachher vor, so Towers zu bauen, die so 3x3 sind und so Lava-Tower als Lichtsäulen. Ja. So an den Ecken. Wäre bestimmt geil, halt so ein bisschen abcoveren, dass es nur so Schlitze sind, aber so ein bisschen vielleicht geil aussieht. Ähm. Das wäre noch was so. Wo ich schon ein bisschen Bock drauf hätte. Auf dem Glowstone landen. Ach fuck. So. Jetzt brauchen wir noch ein, ne. Wir brauchen noch ein, ne. Geht's nur noch ein Powertap. Den können wir dran. Powertap ist null Problem. Den haben wir. Und dann brauchen wir noch Wektorglas. Ne. Wieso kommt schon Watts hier? Ja. Jetzt hab ich nicht geguckt wie hoch, aber egal. 2, 1. Wir müssen gleich mal schauen, was brauchen wir noch? Das? Ach das war Eisen. Fuck. Eine Befüllstation braucht ihr glaub ich auch noch. Ja gut, da kommen wir gleich mal noch drum. Rhythmstick Glowstone. Wurde doch viel verreichen. 2, 3, 4. Ich brauche jetzt noch zwölf Stück. Mach ich mal von oben frei. Okay. Ja, wenn dann, wie gesagt, auch ne Query nennen, ne. Ja klar. Aber ich würde ne Ender Query nennen. Ja ne sicher. Sicher sicher ne Ender Query. Die richtige und normale Query lassen wir nur halt. Hier. Okay. Jetzt schauen wir mal unsere Crystals an, wie weit die sind. Da muss man nicht abgestürzt, ne? Ne. Ich glaub der, dann läuft das jetzt. Ja cool. 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 Ah, jetzt bei ihm hier rein. Okay, boah, sie sind jetzt schon 2% gewachsen. Wtf. 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 Wtf.